Wenn du das Wort extrovertiert mit mir verknüpfst und das mit einer gewissen Distanz zu dir selbst und dem, wie du dann so das Wort für dich extrovertiert mit mir assoziierst, dann zeigt das eigentlich nur auf, dass du eine gewisse Distanz zwischen dem, wo du bist und dem, wo ich bin, für dich wahrnimmst. Die Distanz heißt eigentlich, ich habe ein Potenzial entfaltet, das du nicht entfaltet hast. Die Überlebensstrategien, die sich bei dir breitgemacht haben, also das, was du leisten musstest in deinem Umfeld, die Dienlichkeit, die du erbringen musstest, damit andere Menschen dich sozial nicht abstrafen in Form von Kontaktabbruch etc. Du hast im Endeffekt einfach ein anderes Erleben gehabt von der Wahrnehmung, wie Menschen mit dir umgehen, welche Freiheiten du genießen darfst, welche Freiheiten du dir rausnehmen darfst, als ich. Ich glaube, da musst du nachbessern. Empfehlung, Wohnraum, Partners, Privatstunden, das heißt sensorischer Fortschritt plus dem Zusatz des Lernen am sozialen Modell in Form von Inspiration durch in Kontakt sein mit mir. Denn natürlich, wenn man mit mir in Kontakt ist, regelmäßig, dann wirkt das ja mit einem. Und indem du mit mir Kontakt hättest, würdest du ja dann spüren, merken, dass sowas nicht im Leben bestraft wird, wenn man sich frei gibt und potenziale Ausboten entwickelt und du dadurch im Endeffekt dann auch durch diese Umfeldserweiterung durch mich dann Freiheiten entwickeln kannst, die einfach anscheinend in deinem aktuellen Umfeld nicht entwickelt werden können. Dementsprechend die Empfehlung an dich, Wohnraum, Partners, Privatstunden mit dem Zusatz der Persönlichkeitsentwicklung. Um das Video herum ist ein WhatsApp-Link oder über die Nummer 0176 84044 661. Der Start mit mir, dem Sian, Sian Jerome McRae, dem ADV IHK Worlddance, Konzert Gütesiegel, ausgebildeten Privattanzlehrer. Kontakt aufnehmen, tu es für dich.